sag mal, wart ihr nicht bei so einer Veranstaltung und du wolltest dich da melden, da auch wieder mit dem Meinhardt, die Schwester von Meinhardt hat doch einen Samen heiratet, das hast du mir doch erzählt und da wolltest du mir doch von einer Veranstaltung erzählen, aber gemeldet hast du dich bei mir nicht, Siegfried, erstmal guten Morgen. Ja, da habe ich vergeblich drauf gewartet, weil du mir ja Bericht erstatten wolltest, Siegfried. Ich bin gerade aufgewacht, ja, ich bin noch ein bisschen müde, aber ich war jetzt ja noch den ganzen Tag müde, es muss das Wetter sein, ich bin ja nicht richtig wach geworden, die Kopfschmerzen, naja, also das Wetter hat mir übel mitgespielt, außer ich habe mir einen Fuß verknackst, der war auch angeschwollen.